Musik Regen, Nässe und herbstliche Temperaturen, typisch Irland. Egal, Rammsteiner Sommernächte werden ebenso real wie möglich gefeiert. So auch dieses Mal wieder mit viel Live-Musik und grandiosen Tänzen auf der Bühne. Apropos Bühne, auch die Jungs und Mädels vom Restaurant Backstakes die Bühne präsentierten sich diesmal auch wieder mit ihrig zubereiteteren Spezialitäten für Fleischfans, aber auch Vegetarier. Und nun bitte festhalten, es folgt eine Zangshow irischer Art unter der Leitung von Mary Sweeney mit ihren furiosen Tänzerinnen und Tänzer, die eine Stepshow ablegten, bei der den Zuschauern die Spucke weg blieb. Musik Applaus Musik 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 Einfach grandios, was die Kleinen schon drauf haben. Der Applaus ist also mehr als berechtigt für diese großartige Leistung. Mit Gesang und Musik begeisterte das irische Duo mit Udo Ritter und Michael Kuhn das Rammsteiner Publikum und versetzte dies virtuell in die Herzen des irischen Volkes. Hört, hört! Musik 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 Musik